Hi, mein Name ist Makis. Manche von Ihnen kennen mich sicher noch von Projekten wie Days of the Champions mit Plan B, der Autopilot EP oder auch von Auftritten wie dem Hip Hop Open um 9 Uhr morgens oder irgendein Jam in Heilbronn, wo wir noch nicht waren. Meine Wenigkeit wird Sie weiter durch diesen Tonträger geleiten, aber lassen Sie uns gleich einsteigen. Es ist die 88. Minute, wir fangen an mit einem älteren Autor namens...